Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Rayman Advance. Es geht weiter und wir nähern uns dem sicheren Ende. Ja, nein, ähm, doch, irgendwie, doch nicht, nein, okay. So viel Spiel dürfte es gar nicht mehr geben, weil... Irgendwie ist die Karte schon voll ins Gefüllt gewesen. Also es gibt nur noch ganz wenige Stellen, wo man Elektronen sammeln kann. Und das wird wohl noch zu machen sein, nehme ich mal an. Leben. Ein Glück. Geh nicht unter. Oh, Alter, nee. Ich und meine Nerven. Nein, ich bin tot. Scheibendreck. Hm. Nein. Oh, ich zeige euch gerade galant, wie man es nicht machen sollte. Das war wieder besser. Flieg, schwing, duck dich. Und spring. Irgendwie ist das Timing dieser Scheißblöcke scheiße. Komm schon, ändere mal das Scheiß-Timing. Ich schaff das, du siehst nie darüber. Okay. Schokolade ist lecker. Das Leben ist natürlich nicht mehr da. Und wir sind tot. Okay, wir machen es nochmal. Wir schaffen das. Tchaka! Juhu! Juhu! Wir schaffen es nicht! Nein! Oh mein Gott! Ich will nicht ein ganzes Video lang an diesem Scheiß-Level hängen! Nein! Wir schaffen das! Das war doch mal geniales Block-Timing! Und nochmal! Ich häng hier an der einen Stelle, das kann nicht sein! Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot! Oder auch nicht! Oder doch! Ich bin trotzdem gleich tot, ich schaffe es nämlich nicht! Doch ich schaffe es! Yeah! Yeah! Und das in fünf Minuten! Spielzeit! Oh mein Gott! Ein riesen Todes-Killer-Dingens! Wow! Fuck! Okay! Jetzt stell ich mich hinten hin! Guck mich nicht so an, du dummes Schwein! Okay! Das war's! Wow! Und die Schere kommt! Und das war das zweite! Und ich bin fast tot! Nein! Nein! Ich bin tot! Ah! Was ist denn das für ein Pin? Kann ich das irgendwie angreifen? Wow! Ich reagiere zu spät! Was muss ich denn hier machen? ich geh tot okay das hab ich gut geschafft oh mein Gott, ich bin tot okay nochmal, aber ich hab die Wolke gesehen BAMS 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 BAMS